Hallo, schön, dass du wieder da bist. Du hast dir bestimmt das Basic-Video angeschaut und weißt, wie du dir den Flächeninhalt des Deltroids berechnen kannst. In diesem Video werden wir weitere Aufgaben gemeinsam lösen. Achtung, du wirst öfters auf Pause drücken müssen, damit du die Aufgaben selbstständig lösen und anschließend mit meinen Ergebnissen vergleichen kannst. Lass uns loslegen! Aufgabe 1 Wir haben die Diagonale E ist gleich 11 cm gegeben und den Flächeninhalt aus A ist gleich 99 cm². Gesucht ist die Diagonale F. Die Flächeninhaltsformel kannst du bestimmt schon auswendig. Groß A ist gleich E mal F halbe. Drücke jetzt auf Pause und versuche die Aufgabe selbstständig zu lösen. Du hast es bestimmt geschafft. Lass uns nun deine Lösung mit meiner vergleichen. Da F gesucht ist, müssen wir die Formel zunächst einmal umformen. Wir müssen beide Seiten mit 2 multiplizieren und erhalten 2 mal Groß A ist gleich E mal F. Nun müssen wir beide Seiten durch E dividieren. Das heißt, wir haben nun 2 mal Groß A dividiert durch E ist gleich F. Wenn du die Diagonale E und den Flächeninhalt Groß A in die Formel F ist gleich 2 mal Groß A dividiert durch E einsetzt, erhältst du F ist gleich 18 cm². Super! Die erste Aufgabe hast du geschafft. Wir schauen uns nun eine zweite Aufgabe an. Wenn du auch diese schaffst, bist du ein echter Profi. Bitte stoppe das Video, nachdem ich die Angabe aufgeschrieben habe. Wenn du fertig bist, kannst du deine Lösung natürlich wieder mit meiner vergleichen. Aufgabe 2 Der Flächeninhalt des Teltuids beträgt 64 cm². Und die Diagonale F ist 16 cm lang. Gesucht ist die fehlende Diagonale E. Drücke bitte auf Pause und versuche die Aufgabe selbstständig zu lösen. Wir schauen uns nun den Lösungsweg gemeinsam an. Da die Diagonale E gesucht ist, müssen wir die Formel zunächst umformen. Wenn du das geschafft hast, musst du nur noch deine Werte einsetzen. Nun wissen wir, dass die fehlende Diagonale E 8 cm lang ist. Super! Wir sind jetzt fertig. Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Tschüss!